Da mach ich jetzt mal. Da hab ich da eine. Da ist der. So. Dann mal hier rum. Reinen haben das. Dann bis 16. Da gibt's einen Kaffee mit Waffeln, würde ich sagen. Ach ja. Das ist übrigens Huppertal Elberfeld hier. Das ist übrigens Huppertal Elberfeld hier. Am Samstag. Am Samstag. Wenn einige das begreifen würden, dass es eigentlich eine ganz große Familie ist, dürfte es eigentlich keine Problematik mehr geben. Aber es gibt einige Leute, die schüren das. Jö. Das ist heute, das ist heute in der Show. Das ist heute, das ist heute in der Show. 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 Das ist heute in der Show.